Hallo und herzlich willkommen im Car Ranger Einblick. Heute werfen wir einen gemeinsamen Blick auf diesen 2006er Volvo S80 V8. Und V8 alleine ist schon Grund genug, um mal zu schauen, was ist hier eigentlich los? Untertitelung des ZDF, 2020 Volvo steht für absolute Sicherheit. Und viele von euch sagen jetzt, da sind doch die, die ihre Autos bei 180 abregeln. Und jetzt sage ich, das ist ein Achtzylinder. Und das ist doch Grund genug, dass wir mal schauen, was ist hier denn passiert? Erst beim Design, beim Innenraum, dann der Technik natürlich. Wir fahren eine Runde damit. Und am Ende gibt es auch einen Score. Und das hier ist ein Volvo Typ AS. Klingt das mal nach meinen Initialen, deswegen freue ich mich besonders. Gebaut von 2006 bis 2016. Das heißt, wir haben einen relativ frühen und gleich am Anfang an war ein Achtzylinder mit dem Angebot. Der ist dann allerdings zum Modell 2010 auch schon wieder rausgeflogen. Das passt irgendwie nicht ganz zur Marke. Ob es aber zum Auto passt, das probieren wir heute mal herauszufinden. Wir sehen auf jeden Fall, weil wir designen fangen wir an, das typische Volvo Design damals. Das heißt, klar, Logo, neben dem Logo sehen wir auch, Moment, wir haben ja einen mit Abstandsradar. Wir sehen noch, wir haben ein Parkhilfe vorne, was alles 2006 schon mal gut ist, Abstandsradar 2006 zu haben. Damit warst du schon ein König. Und dann fängt hier vorne quasi diese besondere Seitenlinie an, die wir uns gleich mal anschauen. Ich finde es auch ganz interessant, die leuchten hier vorne, die erinnern mich so ein kleines bisschen an den Jaguar XF, den Timo jetzt dann zeigen wird. Vor allem aufgrund des gelben Elementes. Und wenn man dann noch bemerkt, wie Volvo, Jaguar und Co. damals so ein bisschen ineinander verklüngelt waren, finde ich das eine ganz charmante Feststellung. Wenn man dann so ein kleines bisschen zur Seite kommt, sieht man das erste Mal, Moment, diese Bremse hier vorne, die sieht jetzt aber nicht aus wie irgendwie so ein Standardmodell von der Größe. Und auch die Bremse hinten ist ein bisschen üppiger dimensioniert. Und das Schöne bei diesem Volvo ist, ja, V8, das klingt meistens so nach Krawall und auffällig und irgendwas. Wir finden nichts, also dieses Auto. Wir haben vorne im Grill kein besonderes Logo. Hier kein besonderes Logo. Wir haben jetzt nicht so irgendwie darauf hinweist, dass wir ein Topmodell haben, was damals, ich meine, ab 58.000 Euro verkauft wurde. Das ist damals schon auch jede Menge Geld gewesen. Aber wenn ich es vergleiche mit einem E500, einem A642 Liter oder ähnliches, dann war das schon ein Schnäppchen. Das heißt, man hat versucht, diese typischen Oberklassekäufer dazu zu bewegen. Hey, probiert doch mal einen Volvo mit einem Achtzylinder. Von den Maßen ist er eben in dieser oberen Mittelklasse unterwegs. Das heißt, wir sind ja bei 4,85 Meter in der Länge und 1,86 Meter in der Breite. Der ist verhältnismäßig breit. Man muss aber auch bedenken, wir verlieren im Verhältnis zum Innenraum oder der Innenraum verliert im Verhältnis zur Außenbreite hier so ein Stück, weil wir diese Schulter haben, die hier so aufbaut. Und das soll ja auch dieses Volvo Sicherheitsgefühl symbolisieren. Du hast quasi das Innere vom Fahrzeug und außen hat ja noch so einen Zusatzbereich, der einen schützt. Und dann fließende, elegante, relativ zeitlose Formen. Das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, da fällt viel auf. Ganz interessant ist noch, dass man hier unten, das hat man auch bei Audi oft zu der Zeit gehabt, so ein Stückchen hat, was quasi mit raus steht. Und da sind wir auch schon ganz hinten. Denn auch zum Thema Rost und Co muss ich euch nicht viel erzählen, denn es ist ein Volvo und da sind sie wirklich gut. Die Rückleuchte nimmt genau diese Schulter mit auf. Das heißt, da haben wir diesen Schwung mit drin. Und auch ganz interessant, dieses weiße Element wird dann genau von der Chromleiste aufgegriffen. Da steht dann einmal S80 und einmal AWD, also ein All-Wheel-Drive. Und ja, den Achtzylinder bekomme ich nur mit Automatik und nur mit Allradantrieb, damit ich die Leistung nochmal sicher und souverän auf die Straße kriege. Aber auch hier, da steht jetzt kein Hubraum dran, da steht keine Leistung dran, da steht keine Zylinderzahl dran. Und ich habe diese ovalen Introhre. Die sind für einen Volvo schon verhältnismäßig auffällig. Aber hier ist keine Vierrohrabgasanlage, nichts Riesiges. Also auch da die Dimensionen, die kann man auch mit so einer Hand gefüllt umfassen. Das geht alles sehr in die dezente Understatement-Richtung. Und da fällt das Auto nicht weiter auf. Oder was würdest du sagen, Tim? Nö, von außen ist er sehr unscheinbar. Bis man ihn das erste Mal anmacht, gell? So, und dann gucken wir hier mal so eine Sekunde rein. Übrigens, Tipp für mehr Freude am Leben, legt euch einfach Luftpolsterfolie in den Kofferraum. Und ihr habt riesen Freude, wenn ihr fahrt. Grundsätzlich, wir sehen, wir haben ein sehr gepflegtes Fahrzeug, was typisch Volvo ist. Man kann hier, dachte ich, genau, man kann das so hochklappen. Und dann hat er eine gute alte Ikea-Sperrholzplatte. Das heißt, man kann jetzt hier zum Beispiel eine Kleinigkeit reinlegen oder davor. Und das Ganze rollt nicht mehr so sinnlos im Kofferraum umher. Grundsätzlich vom Volumen her sind das 480 Liter. Das ist also ganz praktisch. Und auch von der Nutzbarkeit. Das Hauptthema ist halt hier, dass es durch diese Stufe irgendwo mit durch muss. Und wir sehen, hier gibt es gleich einen Backrest-Release. Wir können ja mal... So, und jetzt ist das Ganze entriegelt. Wir gucken mal, ob das funktioniert. Das ist jetzt so eine Sekunde. Weil das interessiert mich jetzt einfach, wie praktisch das ist. Schauen wir mal hier rein. Das müsste ich ja einfach ziehen können. Ja, genau. Dann klappt das Ganze einmal um. Das heißt, auch das funktioniert. Und die 480 Liter werden ein bisschen erweitert. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt mal rein. Weil wir sehen auch hier, Komfortzugang, Kieles Go und Co. Das heißt, gibt es etliches im Innenraum zu erleben. So, bevor ich einsteige, noch eine Kleinigkeit. Ja, es gibt eine Volvo-Einstiegsleiste. Aber vor allem gibt es hier noch so eine Kante, die mir daraus geformt ist. Und auf der steht Zips. Und Zips, ich hoffe, ich übersetze das jetzt richtig, das Side Impact Protection System. Soll mich also beim Seitenaufbreit besser schützen. Das heißt, Volvo hat sehr früh mit Seiten Airbags angefangen. Aber auch Versteifung in Karosse beziehungsweise Tür, um geschützt zu sein. Und das sagt mir der Volvo immer noch jedes Mal. Wir sehen auch, weil gleich wird es verdeckt, elektrische Sitzvorstellung mit Memory. Und Edition 80 steht da mit drauf. Das heißt, grundsätzlich habe ich den V8 als Summum bekommen. Also die Mindestausstattung war schon ein Summum. Und ich konnte dann quasi nur auf einen Exekutiv, also noch höher updaten. Das heißt, der V8 ist immer sehr reichhaltig und voll ausgestattet. In dem Fall sitzen wir halt hier auf schwarzen Ledersesseln, die, wie wir sehen, nicht nur beheizt, sondern auch belüftet sind. Und dann ganz typisch für Volvo ist dieses Klimabedienter mit quasi dem abgebildeten, sitzenden Mensch. Links, rechts kann ich dann die Temperatur einstellen. Das wirft dann also ja keine sonderlichen Fragen auf. Und was da aber ganz spannend mit ist, wenn ich jetzt, oh, das ist der falsche Fahrzeugschlüssel. Das hier ist der richtige, so. Typischer Volvo-Schlüssel. So, bei dem V60, den wir uns mal angeschaut haben, ähnlich. So, wenn wir nehmen, so ein kleines bisschen Energie, sehen wir hier in dem Display, wird für uns die Temperatur angezeigt. Das heißt, da oben ist zwar ein Display drin, aber das brauchen wir in dem Moment nicht, weil alles, was mit Radio und CD und Ähnlichem zu tun hat, ist hier. Und was mit Klima zu tun hat, ist hier. Und auch so die Standard-Telefonsachen, was da passiert, sind auch alle in dem Display. Das heißt, das, was ich hier oben habe, ist ein reines Navigations-Display. Das ist auf der einen Seite ein Nachteil, weil ich halt nicht diese große, schöne Darstellung da oben nutzen kann. Auf der anderen Seite hat das aber auch einen Riesenvorteil, nämlich ich kann den einfach unten lassen bei normaler Fahrt, wenn ich in meiner Gegend unterwegs bin und brauche nur dieses kleine Display hier. Und das ist zwar monochrom, ich finde es aber eigentlich ganz schön, weil es sich auch mit diesem Alu zusammen vom Farbthema her ganz gut gibt. Und ich finde auch hier diese Interieurleisten ganz schick, die halt noch das entsprechende Muster mit drauf haben. Ja, aber hier, das ist an sich relativ selbsterklärend, ein Telefon-Teil, ein Klima-Teil, ein Radio-Teil und ganz hier unten noch ein paar Zusatzfunktionen, wie Kurvenlicht, Einpark-Sensoren, Innenraumüberwachung und das müssten dann wahrscheinlich sein, dass die Kopfstützen umklappen, damit man ein bisschen mehr sehen kann. Also alles sehr simpel an der Stelle und dann interessiert euch wahrscheinlich das Display da oben. Das heißt, wir kämpfen uns mal kurz einen Moment dahin. Wir haben unseren Automatik-Wedhebel mit einer manuellen Gasse, bei der ich in die falsche Richtung schalten muss. Ich habe hier so ein kleines Rollo. Unter dem Rollo habe ich Getränkehalter und, ich sage aber bei alten Autos, so neue haben das nicht, aber man hört hier. Das ist also Schimmetaller, wir haben also hier in unseren Aschenbecher eine 12-Volt-Dose-Getränkehalter und dann dahinter ist so ein kleines Fach. In diesem kleinen Fach ist ein Aux-Anschluss und diese tolle Fernbedienung. Und wenn ich jetzt mit der Fernbedienung mir das Ganze anmache, dann fährt mein Display da einmal lautstark nach oben, macht noch ein bisschen. Auch spannend, dass er mir 2006 schon gesagt hat, ey, geh doch mal bitte auf volvocast.com slash Navi. Ich weiß noch nicht, also diese URL werden wir jetzt mal ausprobieren und einblenden, was dann kommt, wenn man da heutzutage drauf geht. Mit Enter kann man das bestätigen, ist dann in der Karte, kann ein bisschen durch die Karte scrollen, kann auch zurück ins Menü gehen, kann hier Zielführung, alles mögliche eingeben. Aber ihr seht schon, das ist nur Navigation. Nur. Und da passiert nichts anderes. Und wenn ich dann sage, ja okay, ich bin jetzt fertig mit dem Ganzen, dann kann ich wieder auf Abschalten gehen. Das Display geht aus und fährt auch gleich rein. Man kann die Fernbedienung wieder wegpacken und dann war es das. Interessant, dass jetzt das Display wieder angegangen ist, fährt es jetzt wieder hoch. Habe ich es aus Versehen wieder, ah, ich habe es aus Versehen wieder angemacht. Ihr merkt schon, man kann auch hier sich so ein bisschen, nein, aus! So, und jetzt vorsichtig die Fernbedienung wegpacken, dann bleibt es das auch. Wir haben ein DUN Audio Soundsystem, das heißt, einmal hier vorne die Lautsprecher, aber auch hier die Hochtöner auch in den Türen. Das probieren wir, Tim, wir probieren es mal zwei Sekunden aus und du musst andere Musik einblenden. Mitgeben, fahrt, weil zu Hause ein Topf und hier nochmal U-Kamera. Dann muss ich sagen, finde ich das Bose von mir besser. Okay, aber es ist auch nicht schlecht. Aber ja, das Bose bei dir ist vielleicht noch eine Nuance besser. Da haben wir auch das Thema Hi-Fi kurz abgehakt. Kombi-Instrument. Ich finde die Skalierung und die Darstellung wirklich schön, was man damals gemacht hat. Wir kriegen dann auch in den einzelnen Displays noch so ein bisschen, ich sag mal, Zusatzinfos. Die würde mir als kommentarische Standheizungszeiten, kann er mir jetzt machen, weil wir stehen, gibt er mir ja die Standheizungsoptionen hier. Das ist alles nicht verkehrt, ein bisschen mehr Infos wäre schön, aber das geht in Ordnung. Ich kann hier einmal Multimedia und Telefon steuern, habe auf der anderen Seite den Abstandstempomat. Ich kann also hier auch die Entfernung zum Vorderfahrzeug einstellen. Das geht ganz gut, das ist alles sehr selbsterklänt. Und ich muss sagen, das Leder vom Lenkrad gefällt mir auch ganz gut. Beim linken Knie gibt es einmal die Parkbremse. Ich kann meinen Tankdeckel entriegeln, ich kann meinen Kofferraum öffnen. Ich kann Licht an- und ausschalten, Nebelscheinwerfer vorne hinten und Instrumentenhelligkeit. Gut, haben wir das auch abgehakt. Und in dem Fall hat man einfach noch ein Entschiebedach, um zu zeigen, wie luxuriös wir hier doch unterwegs sind. Volvo typisch für die damalige Zeit. Man hat diese schwebende Mittelkonsole. Das heißt, man hat auch hier dahinter noch so ein kleines Fach, das ist bei anderen Volvo-Modellen dann ein bisschen großzügiger gelöst. Aber auch hier so ein bisschen schweben tut sie zumindest. In den Türen gibt es noch eine Ablage. Nur meine geliebte große Flasche würde da nicht mit reinpassen. Aber so Raumgefühl ist ganz gut, man sitzt verhältnismäßig hoch. Aber elektrische, belüftete Sitze haben immer die Eigenschaft, dass man verhältnismäßig hoch sitzt. Tim, noch Fragen? Nö, erstmal nicht. Gut, dann zeige ich euch mal, wie man hinten sitzt. Das heißt so, hier, ich drehe die Bremse, habe einen leichten Winkel im Knie. Hier, passt. Man könnte also so sagen, das ist eine ganz akzeptable Fahrposition. Und dann springe ich einmal nach hinten. So. Dann, mein erster Blick fällt hier in die Mitte und ich sehe, wow, ich habe auch hinten Sitzheizung. Und noch eine 12-Volt-Dose für Equipment meiner Wahl. Ich habe hier unten dann auch noch einen kleinen Ascher. Das heißt, auch hinten darf geraucht werden. Ich habe Ablagen hinter den Sitzen. Das ist ganz schön, weil die so perforiertes Leder haben. Du hier vorne hast übrigens hier nur noch Dosenstütze. An der Seite ist so ein Rad zum Drehen. Ganz spannend ist auch an deiner Kopfstütze. Ich fasse jetzt fast auf die Linse so gefühlt. Ist auch noch so ein kleiner Haken, um irgendwas mit dran zu befestigen. Und hinten gibt es eine Mittelarmlehne. Die kann natürlich auch verschwinden. Mit zwei Getränkehalter und nochmal einem kleinen Fach. Oh, das ist ganz schön. Das ist so gummiert genoppt. Ich nehme das mal kurz raus, um es euch zu zeigen. Das heißt, da ist so eine Matte drin von Volvo. Auch aus dem Jahr 2006. Alles klar. Das heißt, was ich da reinlege, rutscht nicht so umher. Isofix gibt es, sehe ich gerade. Und dann das Platz dann. Also es ist in Ordnung, oder? Also ich kann hier so machen. Ist wahrscheinlich ähnlich wie bei dir im A6. Eine Zeit und eine Fahrzeugklasse. Ich würde aber sagen, im A6 hat man hinten mehr Platz. Echt? Ja, also hinter mir zumindest ist unendlich viel Platz. Okay, dann haben wir hier weniger Platz. Wir haben auf jeden Fall Lüftungsdüsen in den B-Säulen. Und auch hier nochmal ganz schön geschwungen, so die Interieurleiste. Und ich habe auch einen relativ guten Blick nach draußen. Ich schaue also nicht nur in den Dachräumen. Und auch hier steht nochmal EC Airbag. Und das steht auch vorne an den A-Säulen. Das heißt, ich habe auch hier nochmal zusätzlich Airbags, die mich im Falle des Falles schützen. Zusätzlich zu dem ganzen Thema Zips. Also auch so nach oben habe ich mehr als genug Raum. Und das ist auch recht gut ausgeformt hier hinten. Also doch, auf dieser Rückbank lässt es sich sehr gut reisen. So, und jetzt interessiert natürlich der Motor, mit dem wir hier reisen. Außer Tim hat noch eine letzte Frage. Wirkt nach schweißtreibender Arbeit für dich heute. Von daher, raus in die Freiheit. Zur Motorhaubeentriegelung muss man sich gar nicht so weit nach unten bücken. Die ist relativ weit an der Seite. Und relativ seitlich ist dann auch die Haubenentriegelung hier vorne. Das heißt, wer ewig hier in der Mitte sucht, wird nichts finden. Und dann hier ganz auf der Seite geht es hoch. Und tada, jetzt haben wir also die erste Stelle, denn wir haben auch im Innenraum nichts gesehen, wo dann mal V8 steht. Das heißt, pures Understatement von außen, von innen und dann das. Also dieser Klotz, der hier einfach liegt. Und ja, wir reden hier von einem quer eingebauten V8. Und der Motor, dieser B844, ist in Kombination mit Yamaha entstanden. Gibt es auch im XC90, gibt es in dem hier. Das ist quasi die einzige Limousinenvariante, um V8 zu fahren. Und Yamaha ist ja schon für gewisse Exquisität in der Motorenentwicklung bekannt. Das Spannende ist auch, wenn man jetzt schaut, man liest gar nicht so viel Negatives über den Motor. Der eine oder andere sagt wieder, naja, aber die Automatik aus der Zeit, auf die muss man schauen. Und das Verteilergetriebe vom Allrad, danach muss man mal schauen. Und was ist denn eigentlich rund um Steuerkette? Aber so allgemeine Motorprobleme liest man unglaublich wenig. Was hat sowas an Leistung? 315 PS und 440 Nm für 1808 Kilo. Das ist also sehr ähnlich zum damaligen Audi A6 mit dem 4.2 Liter V8. Der hat zwar ein paar PS mehr, ist aber auch bei diesen 440 Nm und ist auch in einer ähnlichen Gewichtsklasse. Das heißt, er kommt auch in die deutsche Geschwindigkeitsgewichtsklasse, die sagt, bei 52 ist Schluss. Die schafft er natürlich auch. In 6,5 Sekunden geht es von 100. Das ist ein bisschen langsamer als die ganze deutsche Konkurrenz. Wobei man da wieder sagen muss, wie ist die grundsätzliche Auslegung vom Auto, wie kommen die Messwerte zustande und Co. Also da sind die Deutschen alle an den Hauch schneller. Wobei ich sagen muss, 6,5 Sekunden ist mehr als ausreichend. Und der Verbrauch ist mit 11,9 Litern angegeben. Und ich glaube, das ist auch realistisch so fahrbar. Und wie bei allen Achtzylinder-Limousinen aus der Zeit muss man so ein bisschen halt abwägen. Fahre ich mal eine längere Strecke Autobahn, schaffe ich wahrscheinlich auch mal 10, 11 Liter. Fahre ich viel Kurzstrecke in der Stadt. Selbst schuld. Ja, also Tim schüttelt schon mit dem Kopf, weil er weiß, er hat sich das selbst quasi verboten, weil das einfach keinen Sinn macht. Ja, genau. Also der Verbrauch steht dann bei Werten jenseits der 20 und das will man nicht lesen. Ja. Was mir halt hier keinen Spaß macht, wenn ich mich so auf meine geliebte Radnabenposition stelle, sehe ich 1, 2, 3, ah, alle 8. Alle 8 Zylinder, der komplette Block ist vor der Vorderachse. Das ist natürlich für eine Gewichtsverteilung nicht so optimal. Aber auch da wieder, wozu ist das Auto da? Und ich denke, niemand hat sich damals ein S8 mit einem V8 gekauft und gesagt, oh, ich habe jetzt ein richtiges Raserauto. Ich prügele jetzt hier richtig lang, sondern dachte ich, ich will die Souveränität und die Kraftentfaltung von einem Achtzylinder haben. Will auf der Autobahn relativ hohes Tempo fahren können und fertig. Deswegen auch nur Allrad, nur mit der Automatik. Das ist so die feste Kombination, die man da bekommen hat. Und dann sind wir mit technischen Themen schon fast durch sozusagen. Weil wir wissen jetzt was an Leistungswetter. Wir wissen, wenig Leute beschweren sich darüber. Wir wissen, wir bekommen auch nur diese Konfiguration bei dem V8. Und viel interessanter ist doch, wie sich sowas anhört und anfühlt. Denn hier vorne, ja gut, das heißt, es gibt nicht viel zu sehen. Allein schon, wie die Ansaugung hier liegt. Und du hast dieses Riesenklops vom Motor hier vorne. Das heißt, viel mehr hätte auch schon nicht reingepasst. Und das ist ganz gut, dass man nur diesen verhältnismäßig kompakten 4 Liter hinbekommen hat. Und ja, wir reden dann von dem quer eingebauten Motor, während die deutschen Hersteller damals alle mit den längs eingebauten Motoren unterwegs waren. Oder Tim, hast du noch eine besondere Frage? Nee, Rost. Das ist ein Volvo. Das ist ein Volvo, ja. Zuverlässigkeit wird gut sein. Aber auch da muss man halt bedenken, wie viele Autos hat Volvo davon wirklich in Deutschland verkauft. Und da reden wir wahrscheinlich von einer dreistelligen Zahl. Und das heißt, es gibt halt nicht diese riesen Erfahrungswerte. Aber generell sehr viele Menschen schwören auf diesen Yamaha Motor. Da muss man den Leuten auch mal recht geben. Und ich würde auch die Empfehlung aussprechen, wenn ihr einfach nur vor habt, den billigsten V8 zu fahren. Nein, holt euch keinen S80. Das lohnt sich nicht. Allein schon, weil die Leute, die das wollen, andere Ambitionen haben als der Volvo selbst. So. Und von daher würde ich sagen, oder eigentlich müssen wir, sollten wir noch kurz anmachen, damit die Leute das mitbekommen haben. Ja, aber dann, ja. Ich laufe mal nach hinten schon. Dann ja, aber ja. Na ja, eigentlich, du meinst, du meinst, das holst ja eher an mir dran, damit man das... Und an mir. An mir ist ja auch einer. Ach so, ja. Weil das Schöne ist, du denkst halt, dieses Auto fällt so überhaupt nicht auf. Und ja, wir strecken gerade die Technik für euch eine Sekunde, damit ihr das wandert. Dieses Auto fällt nicht auf keine Logos, kein irgendwas. Und dann kommt so ein Typ wie ich an, in so einem bunten Helm, so ein auffälliger Mensch, der sagt, ja, ich hab mir damals einen neuen Volvo konfiguriert, steigt in seinen unauffälligen 0815-Wagen ein. Und dann. Und das ist schon sehr, sehr dreckig. Tja, und jetzt würde ich sagen, fahren wir eine Runde. Das ist ja gut. Alles ist so ein bisschen behäbig, ruhig. Die Sicherheit steht an oberster Stelle. Ungemütlich. Und es erinnert auch so vom Schaltverhalten sehr an Timms A6-Dynard. Das ist alles so, genau das, was man erwarten würde. Also, gemütliches Auto, dann denkt man sich, ach, ich fahre schon 50, alles gut. Und dann, man redet ja oft so von Autos, die so zwei Gesichter haben. Das ist bei dem nicht so, weil ich hab jetzt hier keinen Fahrmodus oder irgendwas. Ich kann nichts fahrwerksmäßig jetzt nicht sagen, alles super. Ich weiß, es gibt doch was Adaptives hier, aber ich kann jetzt hier nicht alles auf Sport und auf einmal fahren die Spoiler aus. Und das ist das krasseste Auto aller Zeiten. Aber, wenn dieser Motor so ein bisschen Drehzahl bekommt, dann. Das waren gerade drei und das Ansauggeräusch. Das macht ein 10 A6 nicht, so bei drei. Und dann. Also, so bei um die fünf ist es auch fast schon kurz amerikanisch, wie er da rumhämmert. Und das ist schon ziemlich krass. Dann hast du halt dieses Dahinschweben. Das Auto ist jetzt nicht allzu hart, aber. Das Getriebe ist halt nur so lang, dass du diesen Soundtrack der Zerstörung abseits der Autobahn eigentlich nie, ja wirklich hören kannst. Aber das ist schon ziemlich krass. Und ähnlich krass wird es gleich bei unserem geliebten Rubrik Car Ranger Vendetest, der gleich erfolgt. Wir hatten die Erwartung, dass es gar nicht so schlimm wird. Aber es ist schlimmer. Das heißt, wir werden gleich mal eine solide Kreisbahn ziehen. Wie ist die Übersicht in dem Auto eigentlich völlig in Ordnung. Also da gibt es nichts an Überraschungen. Das Thema ist nur, hinter der Rückbank, die Routeablage ist relativ hoch. Also ein Kofferraum, Deckel, Aspen oder sowas nicht. So, hier, riesen Asphaltfläche. Das ist eines der wenigen Autos, wo ich sage, das ist so wendig wie mein C6. Oder auch da, wir wollen uns auf eine Straße abbiegen. Und ich hole extra viel Schwung, wie ihr seht, habe nach rechts Platz gelassen. Und dann mit vollem Einschlag, das ist schon knapp mit dem Graben. Also ich glaube, wir kriegen den Sound wie immer nicht ganz so drauf. Aber Tim, wie beschreibst du, also Tim fährt ein 4,2 Liter FSI Audi A6. Ähnliches Baujahr, ähnliche Motorgröße, ähnliche Leistung. Wie beschreibst du das vom Sound hier? Ah, der hier ist deutlich dreckiger, muss man dazu sagen, wirklich. Und, also Leistungsentfaltung, alles relativ ähnlich. Ich würde auch sagen, mein A6 geht besser als das Auto hier. Ja, kann gut sein. Aber soundtechnisch ist der hier noch mal eine Schippe oben drauf. Also gerade beim Anmachen oder so, hier merkst du, hier ist ein V8. Hier ist ein dreckiger V8. So, dann geht man mit aller Kraft, also so ein Gewaltakt, in die manuelle Gasse. Schaltet quasi in die falsche Richtung, nämlich nach hinten zum Runter. Und dann ist der zweite Gang. Also vor allem so bei 5, also jetzt nochmal, das ist bei 5 will ich nochmal haben. Das hier. Das erwartet halt niemand, weil im Normalfall bist du mit dem Ding irgendwo zwischen anderthalb und zweieinhalbtausend Umdrehungen unterwegs und bist ganz entspannt, wie jeder andere Volvo-Fahrer auch. Aber wenn das Ding mal, wenn du beim 3 das erste Mal dieses Ansauggeräusch hörst, denkst du so, Moment, irgendwas stimmt hier nicht. Und wir müssen nochmal überlegen, wir haben das Auto eben von außen so angeschaut, da ist kein V8-Logo, da ist kein irgendwas, kein Polster, keine auffällige Lackierung, kein nichts. Und dunkelblauer, sehr sympathischer Volvo, mit dem der ältere Herr da jetzt unterwegs ist. Das denkst du dir und im nächsten Moment hörst du einfach nur wie dieser ältere Herr. Und der Rest von dem Auto ist gefühlt völlig beliebig, weil das Gefühl auf der Bremse oder auch das Lenkgefühl, das ist okay, aber das ist jetzt eigentlich keiner sonderlichen Erwähnung wert. Aber diese Drehfreude vom Motor, der dreht auch ein bisschen bewusster als zum Beispiel in die E-Klasse aus der Zeit, die mehr Drehmoment hat, das noch ein bisschen souveräner macht, das macht er nicht. Er hat halt einerseits dieses spinnensolides Auto und dann diese extreme Drehfreude, dieses dreckige, was auch gerade zum Beispiel unser Tim hier noch betont, das ist genau das, womit ich jetzt nicht gerechnet hätte. Federungskomfort ist völlig in Ordnung, das Auto ist sehr auf der weichen Seite des Lebens und man hat auch das Gefühl, dass der Schwerpunkt relativ hoch ist und man schwankt da so dahin. Also auch wenn ich jetzt hier so ein bisschen lenke, wir sind jetzt nicht allzu, auch wenn Tims Knie was anderes sagen, sind wir jetzt, wir haben es jetzt bei 70 gemacht, also da ist schon so ein bisschen lang, aber ist alles sehr sicher. Also da kommt nicht das Gefühl auf, oh, jetzt schaukelt er sich in irgendeine Richtung auf und dann kommt das Heck oder er untersteuert. Das ist super sicher abgestürmt, das willst du, du willst das mit dem Auto auch eigentlich gar nicht so wirklich übertreiben und dann hast du halt immer dieses... Und der Sound ist an sich hier schon das wert, weil das Drehmoment kriegst du mit einem großen Diesel in einem S80 auch hin, das ist nicht das Thema, womit groß mache ich ja daran, die 5 Zylinder, die es bei Wurfen gibt. Und auch der Nachfolger 6 Zylinder, den man hier kaufen konnte mit ähnlicher Leistung, der wird nicht langsamer sein im Realitätsbetrieb, aber diese Klang, die hier im Fall... Ah, das macht wirklich sehr viel Freude. Genau, also FF ist weicher als ein Standard A6, würde ich sagen, so ein bisschen. Aber Bremsgefühl geht in Ordnung, aber auch das ist jetzt, also, ist jetzt nicht so überragend. Es ist sicher, der Bremsweg wird bei irgendwelchen Tests damals natürlich phänomenal gewesen sein, und ich weiß nicht, was interessiert uns noch zum Fahren, Tim? Ich bin gerade so geflasht vom Motorsound gewesen, habe ich was vergessen? Der Sound ist krass, Getriebe ist okay, aber für die Zeit damals war das normal. War halt Stand der Technik, würde ich sagen, auch jetzt. Das ist so im normalen Fahrbetrieb halt sehr gemächlich, also es lässt sich halt Zeit, das ist der größte Unterschied zu heute. Genau, und wenn du halt Gas gibst, dann gibt es halt diese verschiedenen Stufen. Gefühl, Halbgas ist, da kuppelt er bei drei ein, Vollgas ist, knallt den Gang kurz vor sechs rein. Genau, und es gibt auch hier keinen Sport oder irgendwas Modus, sondern wir sind hier einfach in D unterwegs, und die Getriebe begrenzen hier halt so ein bisschen das Tremoment. Aber so zum Dahinrollen, ein leises, komfortables Auto, bis auf den Moment, wo entweder der rechte Fuß einschläft oder der Fahrer ausrastet. Also das ist vielleicht der Punkt, so Netz 80, du wirst so gelangweilt, dass du einschläfst und dann geht die Post richtig ab. So können wir das jetzt zusammenfassen. Und wie sich das auf die Punkte auswirkt, schauen wir uns jetzt mal an. Aus heutiger Sicht ist das so ein Auto, das sollte es eigentlich gar nicht geben. Ein Volvo mit V8, hä, wer hat denn sowas gemacht? Oder auch die Plattform davon, das ist die EUCD. Das ist die Plattform, auf der ein S-Max und ein Galaxy steht. Ein Mazda 6 und ein Mondeo. Also so diese Art von Plattform und dann baut man da quer einen 4.400 Yamaha V8 ein und kriegt dieses Auto, das auf der einen Seite diese ganzen Volvo-Tugenden hat, das ist sicher, es fährt bequem, ohne irgendwelche Allüren. Und dann, sobald du ein kleines bisschen drehst, also bei 3.000 dieses Ansauggeräusch bekommst, denkst du so, Moment, irgendwas stimmt hier nicht. Das heißt, es passt nicht mehr zum Volvo, es ist eine ganz neue Art von Volvo. Ein Volvo, den es nie hätte geben dürfen. Und das ist halt auch so ein bisschen das, was man auf dem Gebrauchtwagenmarkt erlebt. Weil wenn man jetzt sagt, das ist genau das, was ich habe, totales Understatement. Ich kann hier total ruhig fahren. Ich kann aber manchmal auch dieses bisschen an Sound und Exquisität bekommen. Exklusivität und Exquisität. Naja, wenn ich jetzt auf den üblichen Plattformen schaue, sehe ich gar nicht mal so viele S80V8. Haben halt nicht so viele Leute neu bestellt. Und dadurch, na klar, wenn ich wie Tim so einen A6 für zwei Liter fahren möchte, das ist einfacher. Ich habe eine größere Auswahl und ich bekomme sie auch einen Tick günstiger. Von daher kriegt ihr da ja schon so ein Pünktchen weniger, nämlich sechs. Und das große Thema ist heute, wenn ihr mehr Punkte als Tims A6 bekommt, dann bezieht ihr hier quasi Tims neues Auto. Von daher mal gucken, wie das Score ausgeht. Beim Unterhalt gibt es fünf Punkte. Ja, weil an sich machen die Volvos wenig Zicken. Aber klar wird mein Verbrauch mit so einem Motor fast immer zweistellig sein. Und natürlich, auch da, wenn ich mal Teile brauche, ist alles ein bisschen schwieriger. Und vor allem auch hier vorne was zu arbeiten. Bei einem quer eingebauten 4-4-4-8 möchte auch nicht jeder haben. Bremsen, Reifen, alles ein bisschen größer dimensioniert. Muss es ja auch sein. Ist ein großes Auto, dann gibt es sieben Punkte fürs Platzangebot. Das ist in Ordnung, aber jetzt keine riesen Überraschung. Im Verhältnis zu den deutschen Autos habe ich einen quer eingebauten Motor. Oder könnte man denken, bei gleicher Außenlänge gewinnt man Platz. Nein, macht man nicht. Beim Komfort gibt es acht. Der ist weich, bequem, ist vor allem auch relativ leise. Leise, wenn man so 100 oder 20 fährt. Das funktioniert da echt gut. Und dann beim Wiederverkauf gebe ich ihm sieben. Weil es ist halt etwas ganz Besonderes. Und es wird immer Menschen geben, die das Besondere suchen. Und dann suchen sie halt nicht nach irgendeinem D5, der hunderttausendfach verkauft wurde in Summe. Sondern eher nach so einem guten Stück. Aber Entscheidungen werden doch nicht nur des Kopfes wegen getroffen mit diesen soliden 33 Punkten. Sondern auch des Herzens wegen. Und beim Design muss ich sagen, es ist ein schickes Auto, ohne in irgendeine Richtung jetzt übertrieben aufzufallen. Es gebe ich ihm solide sieben Punkte. Ich würde sagen, das ist auf einem Level, wie zum Beispiel jetzt der A6. Der eine findet den hübscher, der nächste findet den hübscher. Hier zum Beispiel diese Schulterlinie ist toll. Beim A6 könnte man sich zum Beispiel freuen, dass man hier vorne dieses flächige, damals mit dem Grill und dem Kennzeichen eingeführt hatte. Da gibt es verschiedene Meinungen, das ist okay. Beim Fahrspaß würde ich ihm auch sieben geben, weil es ist ein relativ schweres Fahrzeug. Man merkt auch so diese gewisse Behäbigkeit. Aber das ist genau dieser Punkt, wenn du über den Punkt hinweg kommst und dich einmal drüber hinweg setzt und sagst, ich muss ein bisschen mehr Gas geben. Dann macht er halt Dinge, mit denen du nicht rechnest. Dann hat er auf einmal einen richtigen Antritt. Dann kommt der Sound, die ganze Emotionalität dazu, die man einem nüchternen, kühlen Schweden eigentlich nicht zutrauen würde. Bei der Ausstattung gibt es auch sieben. Der hat zum Beispiel so etwas wie eine Sitzlüftung. Die hätte es immer sechs auch nicht gegen Geld und liebe Worte gegeben. Aber jeder Hersteller hat damals so eigene Elemente gehabt. Weil so etwas wie Sitzlüftung, das gab es selbstverständlich bei BMW und Mercedes zu der Zeit trotzdem. Und jeder hat da so seine Elemente gehabt. Aber mit Abstandsradar und Co. war man auf jeden Fall schon sehr weit vorne mit dabei. Und beim Klang kriegt er jetzt sogar einen Punkt mehr als der A6, nämlich ganz so neun Punkte. Weil beim Anmachen denkst du schon so, Moment, da stimmt was nicht. Wenn er einmal warm ist und du mit niedrigen Drehzahlen unterwegs bist, bist du genau im Volvo Flair. Niemand nimmt dich wahr. Alles ist super. Und du kannst jederzeit ein bisschen mehr machen. Und das ist auch so ein Auto, du brauchst da keine Nachrüstabgasanlage oder irgendwas. Der ist schon wirklich gut, so wie er ist. Beim Image gibt es da nochmal sieben. Weil du kannst hier durch den Verkehr durchgleiten, ohne dass irgendjemand was zu dir sagt zum Thema Umwelt. Sicherheit, also, was war, du fährst ja einen Volvo. Das heißt, du bist schon in dieser Schicht mit dabei und wirst anerkannt von allen anderen. Gleichzeitig, wenn dich irgendjemand versucht aber auf die andere Weise dumm anzumachen, warum denn ein Volvo fährst, die Regeln doch bei 180 ab, dann kannst du ihm sagen, dass deine 100-200 Zeit wahrscheinlich deutlich besser ist als seine 100-200 Zeit. Und am Ende ist das Thema wieder geklärt. Wobei man natürlich nicht nur an solchen Zeiten denken sollte. Macht aber auf jeden Fall nochmal 37 Punkte und in Summe 70. Was genauso viel ist wie der A6 hat. Das ist am Ende also tatsächlich eine Frage des Geschmacks schon immer gewesen. Es gibt jetzt nur einen Unterschied im Vergleich zu früher. Beim Neukaufen war der Audi teurer als der Volvo. So, und jetzt behaupte ich mal, dass der Volvo im Schnitt teurer ist als der Audi. Insofern sind die Restwerte ganz gut. Und die Leute, die sich neu nicht gekauft haben, werden jetzt damit gestraft, dass er gebraucht teurer ist. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Euch bis dahin, immer gute Fahrt und ciao. Bis zum nächsten Mal.